Moin Moin aus dem Wunderland. Zwei Männer, die es verstehen, mit kleinen Dingen Großes zu bewegen. Die Brüder Frederik und Gerrit Braun ziehen mit ihrem Miniatur Wunderland in Hamburg jährlich bis zu 1,3 Millionen Besucher an. Dass ihnen der Volk aber nicht zu Kopf gestiegen ist, beweisen sie mit dieser beispielhaften Aktion. Und es ist für uns Zeit, mal nach links und rechts zu schauen, inne zu halten. Und dann stellt man ganz schnell fest, es geht vielen Menschen einfach so schlecht, dass sie sich weder ein Theater, Kino noch Wunderlandbesuch überhaupt leisten können. Und genau diesen Menschen und diese Familien wollen wir einladen, ins Wunderland zu kommen und wirklich mit freiem Eintritt hier ein paar schöne Stunden zu erleben. Insgesamt 17 Termine wird es in diesem Jahr geben, an welchen bedürftige Menschen das Angebot nutzen können. Warum diese Aktion so wichtig ist, erklärt Gerrit Braun in Worten, die keinen weiteren Kommentar benötigen. Und insgesamt würde ich sagen, das Jahr 2017 habe ich das Gefühl, steht momentan unter dem Stern des Gegeneinander, wo doch eigentlich die stärkste und tollste Haltung von uns Menschen das Miteinander ist. Und deswegen würde ich mir wünschen, wir hören alle mal weniger auf diese Parolen und denken daran, wer uns Angst, Hass oder Wut in uns generieren möchte, der braucht uns für seine Ziele und will nicht unser Wohl. Ich würde sagen, in diesem Sinne, habt ein tolles Jahr 2017. Wir freuen uns auf euch. Bis bald. 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 Untertitelung des ZDF, 2020